Nachdem die SPÖ-Mitglieder sich bei der Befragung zur Parteispitze und auch zur Spitzenkandidatur für die kommende Nationalratswahl mit rund 33,7 Prozent für Hans-Peter Doskozil, mit immerhin 31,5 Prozent für Andreas Babler, aber mit nur 31,35 Prozent für die aktuelle Parteichefin Pamela Rendi-Wagner entschieden haben, bestätigt Letztere am Tag nach Bekanntwerden dieses Ergebnisses ihre zuvor gemachte Ansage. Und auch wenn dieses Ergebnis von gestern, um ein Wort unseres Bundespräsidenten dazu zu verwenden, wirklich arschknapp war, ist es aus meiner Sicht zu respektieren. Das habe ich vorher gesagt und das sage ich auch jetzt. Und ich werde daher nicht am kommenden Bundesparteitag kandidieren. Vorstand und Präsidium werde sie einen geordneten Wechsel vorschlagen, so Rendi. Ob das dann an Doskozil sein wird, steht aber noch nicht fest. Die nächsten Schritte zum entscheidenden Parteitag am 3. Juni sollen noch am Dienstag in den Gremien besprochen werden. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch darüber informieren, dass ich heute zu den Gremien persönlich Andreas Babler eingeladen habe. Er wird daher gemeinsam mit Hans-Peter Doskozil an den heutigen Parteigremien teilnehmen. Das hat er mir gestern persönlich auch zugesagt. Und Rendi gibt noch eine Parole aus. Österreich brauche eine SPÖ-geführte Regierung. Dazu brauche es Vertrauen in der Bevölkerung und Geschlossenheit in der Partei. Und wer immer es am Ende ist, wird diese große Aufgabe als erstes zu erfüllen haben. Denn diese Geschlossenheit hat in den letzten viereinhalb Jahren gefehlt. Rendi-Wagner geht. Wer aber kommt, ist nach der Mitgliederbefragung so offen wie davor. Babler will eine Stichwahl. Doskozil eine Entscheidung durch die Delegierten am Parteitag. Vertrauen und Geschlossenheit lassen noch etwas auf sich warten. Wer hat dann, wenn sieben. Willste sagen. Wer ist da, wenn sie nicht考ern. Wer war die Zresели? Für sie wissen. Bekomminde. Hat in Afrikaerem. Wkau. Was trifft. Und hier drei Sachen sagen. Bye muss ich aufb Одzig kommoline legen. 確 tą.